Uh, Mitchfond. Da ist ein Bun. Temp-Name. Man, wir haben ja letztens schon gespielt mit Temp-Name und Unyielding. Bin ich mir ziemlich sicher, dass wir mit dem letzten gespielt haben. Ich bin mir schon gewohnt, dass das Temporary Name da drin steht. Noll. What? Oh, da kann man Zuren nicht für was picken. Oh, Mann. Ich will nicht Zuren spielen. Ja, komm, bitte. Lass Zuren frei. Da kann ich wieder Zuren spielen. Pick Rask. Pick Rask. Bitte, 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 bitte. Komm schon. Aurora auch, okay. Noch nicht Zuren. Dankeschön. Supermann. Er ist der Last-Pick irgendwie der Kagan, oder was? Da kommt der L-Pick. Ah, da kommt Kagan, oder? Ja. Null. Ich kann gar nicht locken. Null. Ich kann gar nicht locken. Ich kann gar nicht drauf. Null. Ohne diese Dash-Praße wäre das ganze Spiel zu langweilig. Muss ich halt mal sagen. Ich kann gar nicht wegweruen. Die Stahl der Kagan administrator-Diodeед geht, wenn du kurz gehst, mache es ohne bereit. So, wo geht's hin. ok ich bin ok sieht das schon mal und dann lauf ich mal da rüber und hoffen dass ich dann neben den Leuten stehe von uns da wird mich zu wie ganz so schlimm l und such ist natürlich viel aber wenn sie uns zusammenziehen das ist richtig kacke mitten drin stehen das ist nicht gut genau auf der mitte nächste runde herzlichen glückwunsch das ist natürlich ok so hoof hoof ausgewicht nur uns wasser hat bisschen viel gefressen könnte sterben fast keine heilung wieder ready nicht mehr als 28 so muss immer zu retten hier los geht's so ich habe schon mal keinen schaden abbekommen ausgewickelt ist gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut so so und so ich habe noch nie bei uns alsana meiten sollen so 20 also ich kann nicht heilen sie halt sich auch sehr gut das hilft dann könnte sie das überleben 21 genau 20 nach dem week das ist natürlich kacke ich kann nicht döschen ich kann nichts tun ich kann nichts tun es geht gar nicht gut los für uns sie schießt auf ihn nicht für mich weil ich direkt vor dir stehe ich glaube ich nicht mal treffen könnte wenn ich versucht hätte was zu tun ja also finde ich sichtbar sein ein 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 schade ich dachte nicht dass sie wissen wo der ist kann ihm darum nicht mehr helfen er hat es von leben bekommen jetzt überlebt denn beide und die schon das nicht gut hier wird es auch holte die werfe angreifen sollen schon gedacht dass ich das macht Ja, aber zum Beispiel in der Vision of Kagan ist das kacke, das ist richtig behindert. Ich will nicht da rein dashen. Das ist richtig scheiße. Ah, das kann ich nicht mehr schreiben. Split. Das läuft nicht so richtig. Das nächste Mal muss ich durch die Story oder durch die Deckung. Das ist echt Bitter. Ja, aber man kann nicht laufen. Dann bin ich sehr weit weg von allem. Komm schon Dash rein, nicht auf, nicht mit Ulti. Drei Leute haben wir den halt. Oh, durch Später. Ja. Ja, das ist niemanden. Oder? Doch, müsste er. Müsste L angreifen. Oh no. Ne, wegen Dash. Fuck. Fuck, fuck. Ach, Jungs. Das ist da. Durch die Wand auf ihn halt da unten. Nicht vermutet. Ich kann sie nicht so mit Dashen, das ist die Frage. Ich komme nicht ran. Hm. Was ist doch kacke? Ja, aber sie kann nicht Dashen. Aber sie könnte ollen. Hm. Ein HP. Ein fucking HP. Nächste Runde holen ist die Nützigkeit. ich muss es mal heilen du solltest springen du solltest springen er springt nicht das ist assig er greift nicht mehr an die Unser Kagan ist mal eine Runde AFK gewesen. Und sie schießt genau wieder an die Stelle und er springt genau dahin. Das ist halt ziemlich dumm wie hier getradet wird. Doch, überlebt. Zeit um zu fokussieren. Ja, hat sehr anders gemacht als ich dachte. Mit dem ganzen Quatsch. Ja, dumme Weise kriegt unser Soldier ein bisschen auf die Krasse gerade. Wir tagen nur einen Vorteil. Aber es hat gleich nichts zu spüren. Und jetzt lau ich da auch noch raus, weil ich die follow. Oh. Oh. Ich hab doch nichts mehr mit meinem Cooldown. Ich brauch das Leben, sonst lebe ich es lang, weil nicht mehr. Sorry, Kagan. Du kriegst jetzt halt noch von mir. Steht 4,2. Wir sind gerade gut vorne, muss ich bloß Zeit finden. Das ist egal. Aber eigentlich doch. Ich weiß, warum ich ge-ultert hab. Der wär so tot gewesen. So was von tot wär der gewesen. Ich weiß, da bin ich auch so gut wie tot. Nicht gut. Aber ich kann auch mal dashen. Ja, ich muss ausbrechen. Das läuft nicht richtig. Aber das würde auch nicht Damage of Suki jetzt geben. Wenn ich mich nicht irre. Jupp. Aber damit ist Soldier Down. Ja. 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 Ich würde schon noch mal ne Runde. und ich habe sie mitgenommen fach wuuh gg wuuhuhuhuhu das ist knapp mit einem hp alter wuuhuhuhu das war knapp das war echt knapp die habe ich viel mehr geheilt als eine gegnerische aber die hat verfehlend mehr damage gemacht hat aurora das ist mir schon zu zwei dritteln durch silber 1 durch